Hallo Leute, hier ist Marco vom Kanal Strauch Sonderlust. Heute gehen wir zu den Klosterruinen La Trappa. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann bleibt dran. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Momentan geht es pfadartig berghoch. Macht richtig Spaß, da der Weg etwas steinig ist. Ich mache nun die Kamera weg, da es nun bergange geht und ich meine Stöcke brauche. Untertitelung des ZDF, 2020 Dann mussten wir wieder die Tour abbrechen, da ein großes Regengebiet auf uns zukommt. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Wenn ja, einfach einen Daumen hoch und wenn ihr noch kein kostenloses Abo da gelassen habt, einfach eins da lassen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Momentan geht es steinartig bzw. pfadartig berghoch. Ich packe nun alles weg, da es jetzt doch recht steil nach oben geht und ich meine Stöcke brauche. Ich melde mich, wenn ich oben wieder rankomme. Ich mache jetzt meine Kamera weg. Nein, ich mache jetzt das untertitelung. Ich swear, ich so eins, das Pech. weiß kl! Bis zum nächsten Mal.